Zack und bis der Arzt kommt oder bis man zum Arzt geht. Willkommen zurück zu Xoenogiers, Leute. Ach ja, schauen wir mal ein bisschen hier rum. Wir sind jetzt ja bei den Arzt, haben letztens das Kampfsystem ein bisschen kennengelernt. War ja schön cool. Also ich finde das Kampfsystem nett. Es hat was. Also ihr seht, das Haus ist nicht groß, aber es hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Türen. Das war nicht ohne. So, schauen wir mal rein hier. Wir sollen ja von Arzt was holen und hier ist mal, äh, nichts. Was kann nicht sein? Ja, wir sind... Irgendwas ist in der Ecke, in einem Brief, äh, ne, in Buchstaben geschrieben worden. In der Ecke? Moment. Wo? Wo ist in der Ecke? Ah, hier. Wir feiern meine Tochter ihre Geburt. Mögen uns alle unsere Träume, unsere Liebe in die Welt, in sie einfließen. Auch netter Text. So. Es geht hier also nicht weiter. Man muss hier die richtige Tür erstmal finden. Ah! Ja, das kann denn das länger dauern, ne? So, Kamera drehen. Ja, das kann man auch. Yay! Nämlich mit den L1 und R1-Tasten kann man mit der Kamera schön rumspielen, wie man sieht. Gut, wo ist dieser Arzt? Auf jeden Fall, ähm... Dieses Ding, was auf dem Haus ist. Was ist das? Eigentlich aussehen wie ein Propeller, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Und wer bist du? Achso, das ist ein Huhn. Mit einem sehr komischen Ruf. Okay. So. Ich glaube, jetzt bin ich aber richtig. Bin ich hier richtig? Jemand raus? Ah, sieht schon besser aus. Aha, und auch Bücher schon mal. Ah, hallo. Die Dame. Weiter her. Ach doch, Dame. Oh, fein. Willkommen. Hallo, Jui. Wo ist der Doktor? Mein, äh... Mann. Ist irgendwo im, äh... Junkyard, also im Müll. Ah, ich hätte das wissen sollen. Er ist immer dort, wo ich mal ist, ne? Ja, aber will er nicht bald zu alt oder irgendwie zu krank, dass er da mit solchen Sachen spielt? Naja, gar nicht. Okay, ich werde mal hinten nachschauen, was er... Ob ich finden kann. Im Hintergeschoss ist also. Danke, Dame. Der Doktor Fei. Ne, Feisens Körper. Der Doktor Fei, ja, das wäre mal was. Nein, 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 neues. So, hintereingang, es müsste der hier sein. Nein? Das ist noch mal das Haus, nur den anderen Eingang. Ah! Hallo, Midori. Netter Tag. Oh, bist du nicht draußen? Warum fühlst, dass du nicht die Vögel oder sowas? Er hat nichts zu sagen, Midori. Naja. Wahrscheinlich zu schüchtern. Ich glaube, als Kind ist man immer schüchtern gegenüber, Erwachsenen gegenüber. Zumindest war es bei mir oft das der Fall. So, das war ein Chunkhead oder so sein. Also, hier oben vielleicht? Schau mal rein. Ah, nein, hier sind auf jeden Fall etwas komisches. Man hört nämlich etwas Tropfen. Das ist das hier, wo der Feier da drüber geht. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall das ist dran. Das ist nämlich hier. Ups. Naja, war es wohl. Das Schlafzimmer wird es wohl nicht sein, ne? Doch. So, hier war auch nicht. Oh, ein Hund. Ein Hund kommt aus dran. Und man findet hier ein bisschen Aquasol. Mehr ist hier nicht. Nur ein Stock weiter Ruhe geht es hier. Ja, das sieht eher aus wie eine Forschungsstation irgendwie, oder? Und eine Leiter, nicht vergessen, die Leiter, wo man nicht hochkommt. Moment, was ich von der Seite aus vielleicht von der Seite auch nicht. Hm, merkwürdig, oder? Da geht es nicht. Ah, doch, doch, doch. Man muss A drücken. Jo. Das ist ein schönes Observatorium, oder, Leute? Wuhu. Was das auch immer ist. Ihr seht aus wie ein Observatorium. Also, ist richtig cool hier. Neckel Fenster. Ob so, aber darum ist immer cool. So, hier ist alles nicht. Der Doktor ist nämlich dort, wo man vorhin drin war. Der ist, mehr könnte ich sagen, gescriptet. Und wie bin ich da jetzt runtergekommen? Der ist nämlich jetzt da hinten drin. Wo bist du, Doktor? Wow, was war das denn? Was passiert da? Oh, das ist nicht gut. Wo sind all diese, diese Dinge hin? Oh, diese innerlichen Dinge. Das ist, wenn ich da jetzt hier und dann, ah. Ah, da oben ist er. Doktor, so da oben bist du. Oh, Fai, gut dich zu sehen. Bist du in Ordnung, Doktor? Was ist da oben passiert? Was ist da hier los? Ich dachte, ich könnte jetzt versuchen, ähm, das, naja, dieses Landding hier herzustellen, ne? Und diese Explosion, das, da war nichts, das war nichts. Äh, das passiert erst mal. Kannst du ein bisschen warten, bis ich fertig bin? Oh ja, nehm weiter, ist etwas, was dich interessieren könnte, ähm, im Raum da drin, ne? Warum schaust du mich nach? Da drin? Okay, Doktor, ich werde mal reinschauen. Ah, bitte, behält euch. Es wird schon bald dunkel, bevor ihr es kapiert. Schauen wir mal, was da drin ist, wo wir schon drin waren. Egal. Ist hier irgendwas mit Bedeutung? So, das ist also der Doktor, über das der Doktor gesprochen hat. Lass mal sehen, was könnte interessant sein hier. Äh, wow. Ein Mechanismus, der das Ganze hier aufmacht und... Boah, ein Haufen Dampf. Boah, boah, ha. Lust. Was, was ist das? Ich würde mal sagen, das ist eine sehr, sehr große Spieluhr. Diese Musik, ich habe sie schon mal gehört, aber wo? Was glaubst du? Nicht schlecht, hä? Doktor. Nein, Musik ist cool. Hallo wieder, Pfei. Entschuldigung, du hast warten, muss das. Musik ist ein mysteriöses Ding, ne? Manchmal macht es Leute Einerungen an etwas, was sie noch nie erinnert haben. Manche erinnern sich an Gefühle, Erinnerungen, die sie jeweils schon vergessen haben. Egal wie es ist, jeder, der Musik hört, erinnert sich an etwas oder auch nicht. Doktor, was ist das? Es ist etwas, was ich von den alten Rünen gefunden habe. Und ich habe es, naja, ist noch nicht ganz fertig repriert, aber es ist schon so gut wie. Es sieht so aus, als wäre es eine Art, ja, Audio-Device, ne? Audio-Device, also irgendeine Musik machen. Also kein CD-Player. Lang ist es her, wo die Leute solche Militär gehört haben. So wie du es gemacht hast. Manchmal hat es sie aufgemuntert. Manchmal hat es sie zum Wein gebracht. Ja, das ist die Macht der Musik. Nein, Pfei, was bringt dich heute hier her? Pfei. Oh ja, stimmt. Alice hat mich darum gebeten, etwa die Kamera auszubohren. Morgen von Ihnen, Herr Doktor. Oh yeah, morgen ist ja die Hochzeit, ne? Verstanden. Ich glaube, ich sollte mich vorbereiten. Oh, und ähm, bald ist Essenszeit. Willst du uns Gerätschaft schleifsten? Äh, wenn ich darf? Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Du kannst ein bisschen draußen sich beschäftigen, ne? Dann könntest du auch, ähm, mit du auch ein bisschen Gesellschaft leisten, ne? Okay. Nehmt eure Zeit, Doktor. Ich werde weggehen und ein bisschen essen. Wenn das Ding der Vater kriegt, äh, essen. Okay. Geh schon los. Aber ich bin für nichts verantwortlich, eh? Wenn du etwas Bauchschmerzen bekommst von meiner, ja, von meiner Frau, Jui, ne? Du weißt schon, du kochst nicht so gut. Hehe. Doktor. Ich fühle mich merkwürdig, wenn ich diese Musik höre. Ich fühle etwas Warmes in mir. Das muss wahrscheinlich, äh, naja, dein Leben in dir sein. Und das Leben in dir mag wahrscheinlich auch die Musik, also, ja. Das ist ein Teil von dir. Hm. Sind die Motto und Alice, äh, Hochzeit morgen schon, ey? Es ist Zeit vergeht. Es könnte besser laufen, wie ein normales Leben in dieser, ja, Umgebung. Als so eines Mannes. Ja, egal. Wie auch immer. Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen, ja, adjusieren. Gyro-Artist. Huh, was? Was ist das? Gyro? Wahrscheinlich das Musikstück, oder? Ne. Hä? Die Spieluhr ist kaputt, oder? Nein. Es bewegt sich. Kuselig. Wow. Explodiert. Das kann nicht sein. Ist das ein Omen? Oh, oh. Warum ist das explodiert? Was passiert jetzt? Warum ist das zersprungen? Es gab kein Grund dafür. Hm, na, es war gut. Du kochst immer so gut, Herr Yui. Das imponiert mich. Danke das für dieses delikate Mal. Es hat jederzeit willkommen. Wenn du meine Kochkünstlerzeugen mehr gern magst, dann kannst du jederzeit auch für mich kochen, Pfeifen. Ich werde die Ausrüstung zur Start bringen morgen. Okay? Es wäre nicht schön, wenn ich's dir geben würde. Ich finde, ich fühle mich da unkomfortabel. Ich habe auch ein bisschen ne Angst über meine Instrumente. Die sind sehr empfindlich. Wo habe ich das schon mal gehört? Ich im RL schon öfters, aber das lassen wir mal. Nein, beide, Herr Doktor. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht, Yui, Midori. Gute Nacht. Wir werden verborgen für die Hochzeit uns vorbereiten und uns... Ja, schon freuen darauf. Midori sagt immer nichts. Gut, dann ist morgen schon die Hochzeit. Oh, es ist finster hier. Finster draußen. Tja, gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. Fall. Oh, Beine im Ball. Sehr vorsichtig. Ich meine, der Pfad ist ein bisschen gefährlich, wenn es so dunkel ist. Stimmt das nicht, Doktor? Das ist nichts, dass wir nicht so uns warten müssen. Ich meine, ja. Egal. Wir sehen uns morgen. Ich werde das schon hier richten. Das ist doch 0815-Weg. Das kann doch jeder absolvieren. Tschüss. Jo, schöne Besuche, Doktor. Und es ist jo... Man hört die Grillen, sie hat man so die Atmosphäre hier ist. Cool. Und ich rutsche wieder mal den Berg runter. Ja. So. Ich möchte schon die Kamera einstellen hier. Was? Was geht jetzt ab? Was ist das? Erdbeben! Was geht jetzt ab? Giganten? Fall! Fall! Was ist das? Doktor! Äh, etwas fliegt über... nach... Lahan! So, du hast sie auch gesehen. So wie die aussehen, kommen sie in Gruppen. Auf... Gears! Das wird nicht übersetzt. Gears ist hier nämlich, ja, ein Eigenwort, können wir uns sagen. Sie kommen von unserer Nachbarstadt, Kislev. Das sind... Gears? Wow, was für Inklusion. Oh nein! Sie, sie... Sie fliegen nach Lahan! Sieh, dass ich gesehen habe. Lass uns bellen! Okay. Jetzt geht hier die Party los anscheinend! Oh, what the hell? Der ist einfach so runtergegangen. Okay, mach ich auch. Einfach so runtergesprungen. Kein nichts verletzt und so, ne? So, dass er Sicherheit nochmal speichern, wenn dir schon mal hier so die Party abgeht. Aber es ist nie, was passiert. Ah, ich finde Musik richtig cool. Alright. Yes. Ja. Ender hier im Geländer. Musik hier ist cool. Mag ich hier in Zwift. Auch wenn sie nicht lang den Gang gedauert hat. Wow! Nein! Lahan! Lahan wurde angegriffen! Wow! Uh, hier heiß! Alice! Timote! Dr. Osuki! Frei! Dr. Sie sind aus nichts gekommen und sind gelandet in unserer Stadt. Ich weiß, ich weiß, was geht hier vor? Warum kämpfen Sie? Seid ihr alle okay? Ja, aber dann... Wir können da nichts finden! Ohne einen kleinen Jungen. Ich werde... Äh... Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber... Lass den Rest mir und frei! Das Problem ist hier, dass ihr mal ihre eigene Sicherheit habt. Ihr zwei, ja? Timote! Du bist für Alice verantwortlich. Bitte schwitze, ja? Aber... Aber... Es ist, wie der Dr. Sagt. Ihr zwei sollt so schnell raus wie möglich. Macht euch keine Sorgen um dann. So wie ich ihn kenne, ist er schon längst abgehauen. Und wartet auf euch. Ich hoffe, du hast recht. Okay, Alice. Lass uns... Äh, Dr. Osuki und Fighters hier berichten. Sie macht das schon. Okay, danke, Dr. Aber Fighters. Bitte schau, ob du dann findest. Natürlich, die Dame. Mache ich. Ja, und passt auf euch auch. Aber nicht auf mich, ne? Und wenn er noch immer in der Stadt ist, wir werden ihn sicher finden und retten. Wollen wir schon Hoffnung machen, ne? Na, jetzt... Los, los! Weg hier! Ich werde in jedem Haus mal nachschauen, ob die irgendeinem zurückgelassen wurde. Fight. Schau auch mal ein bisschen herum. Vielleicht, äh... Ist irgendwas noch, dass wir, naja, ein paar Einwohner und so. Ich sollte nur danach auch etwas Sicherheit suchen. Okay, Doktor. Bitte sei vorsichtig, ja? Du auch, weil vorsichtig sein und schön nachschauen in jedem Haus, wo es ist. Aber die zwei Dinger da kämpfen noch immer. Ne, aber es aussieht wie ein Grafikpack, das gehört hier alles dazu zum Spiel. Kämpfen ja noch immer. Wow! Paketenwerfer! Ach! Was war denn das? Wow! Genau vor allem. Ein Gier. Was war zuiet, hast du auch so heat! Was war denn das? Gür Eine merkwürdige Szene Pfeil, was machst du da? Warte, Pfeil! Er hat das Gier betreten, wow, jetzt ist er da drin, tu das nicht Pfeil, du musst nicht kämpfen, Pfeil, er kämpft trotzdem, Klaus ist eben der Kiosk, nahezu intentisch, linguistisches Modifizieren aktiviert, äh, individuelle Lamp-Ignas-Dialekt, kein Pilot-Erfahrung, Easy-Mode angeschaltet, synchronisiere, Input-Interface, mit Pilot-Normalen-Reflexzeit, Warnung am Piloten, Kampfstation, 1200 Units, Warn-Tank übrig, verwendet, Ring in, über, äh, über links, am Screen-Tort angreifen, Reik, äh, Quadrat und Kreis sind Angriffskommando, Auto-Angriffs-Antisequenzen, Stärke und, äh, Tankverbrauch, je nachdem, Warnung, Enemy Gear, er ist bereit zu anzukreifen, Terminiere, helfe, hilfmodus, ja soll nur einer, äh, Erklärung sein, wie er es kann, okay, ähm, wir haben hier sogar noch einen geilen Shot, die übrig, äh, wo man schauen, ich hab, nur begrenzten, ähm, Tank hier, noch mal hier, ich hab' zwei Gegner oder wie, ja, da können wir mal den ersten hier, BAAAM, 64 Schaden, Die kämpfen sich noch nicht mal und greifen auch mich an, das heißt, man sollte hier aufpassen, so, Attack, schau mal, ähm, so, ja, 31 Schaden, das macht gar nichts mehr so ohne, und das ohne die Spezialepilie, man kann natürlich auch aufzweichen, aber das ist eine andere Sache, so, BAM, 35 Schaden, die Degen halt plötzlich was aus, jetzt haben wir ausgewichen, ist auch nicht schlecht, ansonsten sich nicht zuerst um einen kümmern, so, BAM, 0, weil er ausgewichen ist, ach ja, das ist hier ein interessanter System, ne, BAM, BAM, 34 und, TOT! So, der erste ist weg, der nächste, bitte! Ach so, ein Kier hält ganz schluss aus, BAM, BAM, 135, boah, da warst du die starke Attacke für die X-Attacke, ja, die ist da, dann machen wir mal wieder, Fiek, BAM, 67, auch, TOT! Tja, wie Feil er es auch immer geschafft hat, das X-Gear hier zu steuern, dafür gibt es mega viele Erfahrungsmunkte, und Level 5, in drei Level gestiegen, in einen Kampf, na, hallo, hallo! Das ist nicht mal cool! Aber warum hat Feil gekämpft? Er langsam die Stadt hatte? Möglich! Oh, da ist noch einer! Guten Tag! Und noch einer! Äh, Verstärkung, ne? Verstärkung, ne? Ist mir doch egal! Noch einer! Noch einer! Oh, ähm, verdammt, das sind doch ein bisschen viele! Ich glaube, ich habe keine Chance mehr zu kämpfen, aber ich habe nichts anderes, keine Chance mehr zu kämpfen! Wow, sei denn mal! Feil! Der einzige Weg, den du kennst, ist kämpfen! Das ist nicht gut! Wenn er hier erwacht! Doktor! Wenn meint du mit er? Dann! Da ist er auch noch hier! Bist du okay? Was zu, was du an aller Welt machst du hier? Weißt du nicht, dass, äh, Alice und Timothy für dich Sorgen machen? Es tut mir leid, Doktor Osuki, es tut mir leid! Aber, ich wäre sehr gern, ich bin vorher zurückgekehrt von der Stadt! Ich war schon weg, aber ich bin zurückgekommen! Ich kann, konnte meine, Schwester, ihr Hochzeitskleid nicht hier lassen! Baaaaaah! Mann! Kleid ist nicht so wichtig, mein Freund! Du bist zurückgekehrt, um deine Schwester, ihr Hochzeitskleid zu retten? Ähm, ja! Äh, du bist doch nur ein kleiner, sentimentaler Junge, oder? Bisschen! Lass uns hier weggehen! Während Pfei hier, äh, der, deren Aufmerksamkeit auf sich zieht! Es sieht so aus, als wäre Pfei Skier, ähm, naja, bisschen mit Problemen! Hä? Pfei? Pfei ist in, 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 in Monster drin? Pfei ist gebunden, bei der Dunkelheit, Grausamkeit, und der Götter. Hm, Pfei! Kommt an! Wir sind weg hier! Dann! Dann! Ah, die Mote ist auch wieder hier, weil... Ich, klar, ich hab gewusst, dass du nicht mehr in der Stadt bist! Wo, wo ist Fall, hä? Achtung, Kierfeld! Oh, 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 nein, die Mote! Äh... Warte, nicht schießen! Halt! Diese, Leute haben da nichts zu tun! Nicht schießen! Und wir sind alles, wir kämpfen! Timote! Geht weg, ihr Bastarde! Halt! Halt! Ich sag dir, Halt! 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 Was, Kierfeld, sahb! Was, Kierfeld, sahb! Was war denn das? Eine riesige Explosion! Alles wurde vernichtet! Und er hat nichts mitbekommen davon! Wo bin ich? Doktor! Oh, du bist wieder bei Gramm Verstandfall! Doktor, was ist passiert? Wo sind Schiff, Flie, Timote, Alice? Was habe ich getan? Ja, das ist eine lange Geschichte! Du Mörder! Dann! Dann, was meinst du? Fai! Es war wegen dir! Du warst in einem Monster drin! Alice und Timote! Die Leute der Stadt! Alle sind... Du hast alle getötet! Ein... ...benutz des Monsters! Du warst es! Was? Warum hast du den Kampf in unserer Stadt geführt? Mitten in unserer Stadt! Weißt du überhaupt, wie das funktioniert? Mutter! Wo ist Mutter? Ich hab sie gesagt! Wir sollen keinen hinterher in unserer Stadt lassen, nur mit dem wir nichts wissen! Und hier in unserer Stadt ein Desaster! Ich weiß, was das hat! Au! Es tut weh! Dann! Sie haben Angst vor Fall, weil er das ganze Dorf zerstört hat! Unwissentlich, aber er hat's getan! Und dann! Was hier als nächstes abgeht! Das ist der nächste Part! Ich würd' nur sagen, die ganzen Dorfbühne sind von ein bisschen Rachengelüsten geführt! Nächste Part, Leute! Schade rein!